Lupe, der kann nur ein Tor machen. Wenn du das nicht machst, ist es nur Push-Up. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind wieder in Wolfsburg mit Wout Wechhorst. So ist es. Der Name ist schwer, da kann man nichts machen. Wir haben die zweite Challenge am Start. Die erste hat er schon gewonnen. Wir machen die übliche Challenge. Der eine steht dahinter, hinter dem einen Spieler. Der andere steht davor. Dann kommt der Ball hoch über ihn drüber oder flach an der Seite vorbei. Torabschluss. Wer die meisten Tore macht, gewinnt wieder. Easy, oder? Einfach. Schauen wir mal, wie es läuft. Oh, der ist schlecht. Zu schwach. Oh, Trinkkeeper. So was? Ah! Das geht besser, komm. Der war richtig schlecht. Aber zum Warm machen. Was macht ihr mir nach? Nicht so weit, oder? Ja. Ich sag die Baller. Die sind leicht, oder was? Ja. Echt? Oh. Das sind keine... Niedersmart. Dann such dir einen guten aus, ja. Such dir einen guten aus. Oder für mich einen schlechten, für dich einen guten. Und mit links auch noch. Oh! Hey Jungs, der soll ausbauen. Schwacher Fuß. Bereit? Ja. Oh! Oh! Immer noch kein Tor. 0-0. Die erste Challenge war ein schneller Tore da. Das war besser. Das ist zu einfach, komm. Ich brauche eine Eiskonne. Komm. Okay, jetzt der Vierter. Oh! Nimmt er gut mit. Der ist drin. Ah! Kuss. Kuss aufs Tattoo. Wie hast du das gesehen? Wer hat das gesehen? Wer hat das gesehen? Ja, vorbereitet halt. Okay, jetzt muss ich ihn eigentlich schon machen. Ja. 1-0 für dich. Letzter Schuss für mich. Oh, der ist super. Oh! Ein Geschenk! Ja, Leute, Leute. Willst du, was ich mache dann? Mit so einer falschen Lupfer? Wollte ich einen Lupfer machen? Dann mache ich 10 Push-Ups wieder. 10 Push-Ups? Ja. Wenn ich richtig falsche Lupfe, dann ist es 10 Push-Ups. Soll ich jetzt machen? Ja. 10 Push-Ups soll ich machen? Ein Lupfer, der kann nur ein Tor machen. Und wenn du das nicht machst, ist es nur ein Push-Up. Das sind die Regeln aus Wolfsburg. Die gibt es bei uns nicht. Nein, die hollandischen Regeln sind da. Super. Okay. Ich lege dir weit vorne, machst du einen Lupfer jetzt. Ja, okay. Guck, klar. Guck, klar. Ah, gut, schmeißt du. Ja, macht ihn halt. Da sieht man den Profi. Ich habe alles bei der ersten Challenge verballert. Daran nichts. Aber schlecht. Sehr gut, sehr gut. Danke. So, die Kickbox steht an. Maximal 10 Versuche, wer früher trifft. Willst du anfangen, oder soll ich? Ich fahr gern. Alles klar. Wo steht's? Oh. Oh. Nix. Also, manche treffen Organes. Also, du hast keinen Druck eigentlich. Zweiter Versuch. Hey, wie geht denn das? Aber ich darf nur nachziehen. Ich darf nur einmal. Okay. Okay. Hat schon wieder gewonnen. Nach zwei Versuchen. Da haben wir anderen Druck jetzt. Respekt. Stark. Wout hat zerstört. Sehr stark. Hat gewonnen, diese Challenge, dieses Video. Respekt. Ja, cool, dass du dabei warst. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Falls ihr Challenge-Vorschläge habt, Spielervorschläge, schreibt es in die Kommentare. Checkt gerne mal seinen Instagram-Account. Wie heißt du auf Instagram? Wout Verhofst. Genau. Ein schwerer Name. Richtig, richtig. Die Kickbox auf Instagram, hier auf YouTube abonnieren. Und das war's dann uns beiden. Bis dahin. Super.